Okay, halliholle Leute, bekommt ihr einen kleinen Minecraft Minigame auf diesem bescheidenen Server hier. Und zwar geht's darum, wir können uns am Anfang Klassen auswählen, das haben wir jetzt leider übersprungen, weil das fändet ihr, glaub ich, ein bisschen uninteressant. Und da bekommen so Wellen und die müssen wir halt töten. Und als Gast hier hab ich noch den Niklas dabei, das ist ein Mülay-Freund, der hat keinen YouTube-Kanal, weil er keine Hobbys hat und so, oder? Doch, ich hab'n Kanal, du Blabme! Ja, aber keine Videos, du Ruhm. Ha, ha, ha! Ey, du benimmst dich schon wie ein Türke, jemals. Ich hab' auch'n Bogen. Komm, komm, wir geben den jetzt eine richtige türkische Zuhälter-Schelle, okay? Nein, scheiße. Ich geb' dir gleich zu, älter Schelle ins Face. Willst du kein die türkische Zuhälter-Schelle, Niklas? Ich geb'... Oh, nee. Was kommt? Special. Äh, Runde vier ist er macht Special, gell? Nee, ich weiß, alle vier Runden Special. Also, Leute, ich spiel' das nicht so oft, da müsst ihr den Niklas hier, wenn ihr irgendeine Frage habt, müsst ihr da irgendwie mir eine Frage stellen und die stelle ich dann ihm, weil ich das nicht weiß. Und ich komm' jetzt mit einem Behaltschwert. Ja, ich kill' euch alle, ich kill' euch alle, ich kill' euch alle, ich kill' euch alle. Ja. Komm, ich mach' mal auf Janik Quickscope, 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 Quickscope. Und echt getroffen. Oh, oh, bist so p. Der, wenn das, der, wenn das Video sehen würde, dann, ne? Der bringt dich auf... Der weiß nicht mal, wie mein Kanal heißt, wenn ich sage. Ha, ha. Ich sag's mal. Ha, ich kann, ha, ich kann auch Pfeile schießen. Scheiße. ich habe aber nur noch ein pfeil ich kann dir welche geben scheiße die elementar kreiber sind neben mir gespawnt ich habe mich weggenutzt die achtet wieder zu schauen jetzt bin ich zuschauer und jetzt wollen wir niklas beim sterben zuschauer da hinten sind jetzt zwei ele drei elementar kreiber und dann sehen wir jetzt auch nicht drauf gehen ne niklas deine mama wird drauf gehen ich hab zwei eineinhalb hälften ein herz ein halbes auf dem verbrannt der armen mit das kommt ich bin gleich noch die menschlichen ach so wie es muss erst liegen erst wieder hier ist es ganz praktisch ich hab ich hab schon wieder items bekommen es ja auch nicht abiert werden wir einen knochen einen stock und ein eine güterlose hier liegt ganz viel scheiße der m wo man das mit denen soll ich noch mal vorstellen jetzt soll ich das test objekt sein er kommt was okay der klassen mal die einzelnen klassen an und zwar hier die erste werden dass sie die leute und er sagt ja wir er warst die die jede jenige klasse hat also die neidklasse hat ein ließen Rüstung da ein Mensch mehr dank der heilung Brot wer hier für die Bauern äh tank gibt's noch und Stefan seine Lieblingsklasse ne 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 ähm ja heilend Tränke wieder Archer oder ist das deine Lieblingsklasse und dann gibt's noch hier und dann gibt's noch hier dat hier dat Babu Zeug mit Tränke hier ja dann Mama ist auch Jolo und dann gibt's noch das hier dat bringt einem nichts da kann ich nämlich den Stefan hier ansünden ja und ist und er wird uns jetzt hier zeigen was er auswählen wird ja ich nehmt neid ja so jetzt ist er da ganz cool so Leute ich nehm dann mal auch mein Archer weder nein ich nehm auch neid weil wir Partner look und dann drückt drauf ok es gibt zwar alle die hier ne türkische Zuhörer schon um nachher wir sind hier nicht rassistisch das ist alles nett gemeint ja hat gar nix mit Ali zu tun und so Ali Ali der wenn das Video siehst wenn das Video die Videokarte Media sieht er dann bestimmt die Eier ausweiten warum ja der ist doch Türke das ist nicht Türken rassistisch ne Karte ich höre Creeper echt? da war ein Creeper ich bin der Creeper in deinen Träumen h jetzt kämpft doch mal du Pussi ja ich denke mir die Spontan auf der anderen Seite dann wenn ich immer zur anderen Seite mehr Fehlzeit zu bekommen ja helfen wir mal ich komme gegen zwei Skelle zu mir am Potsparen vorbeigte ich bin jetzt auch ich bin ja stirbt mal bitte er bis zu ihm deine Mama ok jetzt guck ich dir mal beim losen so oh da rennt sie oh da rennt sie oh da rennt sie ja Vielen Dank.